Herzlich willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich möchte Ihnen heute die fünf besten Platinmünzen vorstellen. Lassen Sie sich überraschen, wir schauen jetzt gemeinsam hier hin. So meine Damen und Herren, und hier haben wir heute ein ganz ganz besonderes Thema für Sie, das so sehr selten behandelt wird. Die Nachfrage hierfür ist dennoch vorhanden und deswegen wollen wir einfach heute ein bisschen ins Detail gehen. Sie sehen heute bei uns im Video eine Auswahl von seltenen, beziehungsweise auch teilweise häufigen Platinmünzen und wir möchten jetzt mal mit dem Wiener Philharmoniker in Platin beginnen. Der wird oft verwechselt mit der Silbermünze, weil sie sich wirklich sehr sehr ähnlich sehen, auch vom Durchmesser her. Liegt der jetzt in dem Fall etwas über dem Silbernen, der hat den gleichen Durchmesser wie der Gold Philharmoniker von 37 Millimetern. Es ist so, dass die Cook Islands Münze von der Bounty, also die Cook Islands Bounty quasi, hat einen Durchmesser von 33 Millimetern. Dann haben wir die Platipus Münze, die hat einen Durchmesser von 32,6 Millimetern, den Maple Leaf von 30 Millimetern und den American Eagle von 32,7 Millimetern. Grundsätzlich gibt es zu Platin vielleicht erstmal ein, zwei Dinge zu sagen. Die Münzen werden genau wie die Gold- und Silbermünzen auf der ganzen Welt produziert, in Österreich. Diese hier wird auch in Deutschland, die wird in Deutschland produziert, die wird in Australien produziert, bei der Perth Mint. Es ist so, dass die in Kanada produziert wird, bei der Royal Canadian Mint und der American Eagle. Und die Liberty, hier sieht man dann auch mal den Eagle in den USA. Grundsätzlich zu Platin ein paar Worte. Platin hat in Deutschland 19% Mehrwertsteuer. Deswegen ist es auch nicht so beliebt wie Gold oder Silber. Platin-Münzen sind bei Anlegern deutlich seltener verkauft. Es gibt auch weniger Motive, wie Sie hier sehen können. Die Stückelung und die Auflagen sind einfach deutlich geringer. Und der Status als, in dem Fall kann man sogar sagen, als Rarität macht es für einige Anleger aber dann gerade auch wiederum den Reiz aus, warum Sie Platin kaufen. Zu den weites verbreiteten Münzen gehören jetzt diese fünf Stücke, die Sie hier sehen. Das sind einfach die fünf Bestseller. Und die Münzen haben aber alle einen Feingehalt. Hier bei dieser Münze kann man es dann besonders schön sehen. Ich zeige Ihnen das mal etwas näher. Die haben einen Feingehalt von 999,5 und nicht von 999,9. Der größte von allen ist, wie wir schon gesehen haben, der Philharmoniker. Und es ist so, dass die Münzen genau wie die Barren voll mit der 19% Mehrwertsteuer, also mit dem Regelsteuersatz behandelt werden. Und deswegen werden diese Münzen jetzt bei uns deutschen Händlern häufiger aus dem Ausland gekauft als in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass der steuerliche Nachteil zu sehr überwiegt. Platin ist eher ein strategisches Metall. Das wird in der Katalysatorenindustrie, also in der Automobilindustrie stark verwendet. Und es wird eben verbraucht. Die genauen Hochrechnungen sind sehr schwer, schwieriger als bei Gold und bei Silber, wann denn dieser Rohstoff knapp werden soll, weil auch sehr viel Recycling betrieben wird. Grundsätzlich, um vielleicht auf die einzelnen Motive noch mal genauer einzugehen, ist es so, hier sehen wir die Rückseite von von der Bounty. Die Bounty hat auf der Rückseite die Queen, Cook Islands hier außen und den Jahrgang 2009, weil die nur 2009 produziert wurde. Seit 2016, wie Sie hier sehen, ist die Philharmoniker-Münze produziert mit einem Nennwert von 100 Euro. Also ist auch ein gesetzliches Zahlungsmittel, genau wie die Cook Islands. Da haben wir Ihnen den Nennwert unterschlagen von 100 Dollar. Dann ist es so, dass bei der Platypus-Münze auf der Rückseite auch ein Nennwert von 100 australischen Dollar zu sehen ist. Die Queen, die Münze hat die gleiche Kapsel wie die Kangaroo-Goldmünze. Und ja, der ein oder andere Anleger dürfte diese Münze kennen. Das Schnabeltier, das Sie hier sehen, das ist am Tauchen. Wir sehen hier oben Australian Platypus. Wir sehen hier unten 2016 als Jahrgang und auch den Feingehalt von 999,5. Der Maple Leaf hat ähnlich wie die Goldmünze oder genau wie die Goldmünze diese Radialstruktur und hat auch das sogenannte DNA-Merkmal, das wir in der Goldmünze mal ganz explizit nahe gezeigt haben. Vielleicht gehen wir hier am Ende des Videos noch drauf ein, wenn Sie so lange dranbleiben sollten. So, die Platin-Münze vom American Eagle ist mittlerweile sehr beliebt. Man kann es so etwas besser sehen. Die hat einen Nennwert von 100 Dollar. Auf der Münze sehen wir United States of America, das patriotische Merkmal der amerikanischen Münze. 999,5 Platinum, also auch dasselbe Feingehalt. Wenn wir die Münze umdrehen, sehen wir die Lady Liberty, steht hier oben drüber. Liberty in God we trust, den Jahrgang. Und ja, vielleicht zu den Verkaufszahlen das eine oder andere interessante Argument. Der Bestseller im Platin ist aktuell die Philharmonika-Münze, weil die sehr, sehr marketingtechnisch in den letzten zwei bis drei Monaten gefördert wurde. Die Münze Österreich möchte einfach in diesen Markt eindringen. Qualitativ muss ich sagen, ist unser Favorit. Neben der Philharmonika-Münze, die Platypus-Münze und der American Eagle und der Maple Leaf, die Cook Islands-Münze, ist dadurch, dass sie seit 2009 produziert wird, einfach technisch nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Trotzdem ist sie durch die Bekanntheit im Platin-Bereich und auch im Palladium-Bereich. Da werden wir in dem nächsten Video drauf eingehen. Sehr beliebt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen jetzt das eine oder andere Detail an der Münze zeigen, die Münze auch ein bisschen näher bringen. Vielleicht noch wichtig zu wissen, diese beiden Münzen, deswegen haben wir die auch in Kapsel gelassen, werden vom Hersteller schon gekapselt, an uns geliefert. Und diese drei Münzen hier kapseln wir separat und schicken sie dann so an sie. Den Maple Leaf bekommen sie auch in 10er-Münztuben und den Philharmonika bekommen sie auch in 10er-Münztuben. Die Platin-Münze, wir würden sie dann in 20er-Münztuben bekommen. Diese Münze hier in 20er-Münzrollen und die Münzen kommen nicht in Tuben, die kommen nur einzeln gekapselt. Ja, da sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, Sie haben von den Platin-Münzen jetzt ein etwas besseres Bild. Grundsätzlich muss man vielleicht noch zu der Volatilität einen Satz sagen. Die Volatilität bei Platin ist deutlich größer. Das bedeutet, die Schwankungspreise, wie die Münzpreise steigen und fallen. Und deswegen sind diese strategischeren Metalle zu einem gewissen Prozentsatz im Portfolio der Edelmetall-Investoren bestimmt zu empfehlen. Dennoch sagen wir 80% Gold und 20% Silber. Es sind exklusive Stücke, die man nur beimischen sollte und nicht sein ganzes Portfolio auf Platin oder Palladium auslegen sollte. Danke Ihnen, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, Sie haben sich auch für dieses neuartige Metall-Platin begeistert und wir würden uns freuen, wenn Sie uns Kommentare, Anregungen oder gerne auch Likes unter diesem Video da lassen. Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie mich, Dominik Kettner oder mein Vater Jürgen Kettner an. Wir können in jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf Wiedersehen.